Im Untergeschoss des Gebäudes Lärchenplatz befindet sich der sogenannte Sprinttunnel. Dieser misst 90 Meter und ist in dieser Form einzigartig in der Schweiz. Lichtschranken, im Boden versenkte Kraftmessplatten und ein komplexes Kamera-Tracking-System ermöglichen detaillierte Analysen der Sprintleistung von Athletinnen und Athleten. Die topmoderne Anlage wird dabei nicht nur für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler der Leichtathletik eingesetzt, sondern dient auch Sportarten wie dem Bobsport oder solchen aus dem Spielsport. Ebenso kann der Tunnel mit seinem Messsystem für Schnelligkeitstrainings genutzt werden.